Hallo, mein Name ist Corinna Kreiniger und wir stehen hier vor dem neuen Hotel Evil Styles in Vechta, das neue, tolle Hotelprodukt, was hier entsteht. Ich darf als Hoteldirektorin das Haus eröffnen und freue mich da schon ganz riesig drauf. Wir sind hier direkt am Bahnhof platziert hinter dem Zitadellenpark, haben eine Toplage zur Innenstadt, gerade mal fünf Minuten zu Fuß. Jetzt sind wir in unserer zukünftigen Lobby angelangt. Wie man sieht, wird hier noch fleißig gewerkelt. Zu unserer Lobby gehört ebenfalls unsere Paddocks Bar und wir freuen uns auf alle Gäste, die da in Zukunft unser Haus besuchen kommen möchten. Nicht nur für Außerhaus, sondern auch gerne für die Vechta geöffnet. Und ja, heißen Sie jetzt schon herzlich willkommen in dem, was hier bald fertig sein wird. From herein